hallo leute und damit herzlich wir nehmen hier direkt hinterher auf und da würde ich sagen wir joinen in 3 2 1 mit dabei natürlich wie immer der kreis da hier vorne ich bin weiter von ein bisschen schon und aber malen versuchen natürlich jetzt hier direkt zu denen zu kommen das müssen wir diese folge schaffen das heißt wir dürfen nicht viel umwege nehmen einfach die bühne drauf los und dann passen müssen wir hier drei vier hundert blöcke auf jeden fall natürlich muss man in kurz raus haben ja jetzt es wird auf jeden fall knapp aber wir sollten es schaffen ich glaube an uns ist mittlerweile höhe 14 okay alles klar müssen dafür zwölf auf jeden fall egal ich nehme ein bisschen kohle mit noch du bau weiter und ich war mir den rest noch kohle eisen gold die ja das liegt ich eigentlich da müssen wir 600 glöcke nur noch 600 600 hat und hast du gerade gegessen ja ja ich habe 32 ich habe noch sieben aber es reicht pass auf junge viele furcht wieder reingerannt alter gott eskalazier und dann bin ich tot und das war's dann mit folge war vielleicht was einmal hätte ich noch gerettet das geht hammer tief runter da auf einem block frei ich kann mich da nicht retten junge larka twix linkes twix linkes twix äh rechtes twix kapar lapis bau dich weiter einfach ich baue noch alles ab einfach weiter bauen wie gesagt ich bin dafür daumen weiter zu bauen gleich noch neue clique ne ja bau weiter ich baue schon mal eine wir schaffen das nicht glaube ich nach zwölf minuten ich baue erstmal ein bisschen die hier darum sag ich ja bau einfach weiter egal was passiert bau weiter egal bau einfach genau in die richtung ja außer wenn ich dir das finde kappa kappa bau dich weiter ich hab auch eine eisen picke jo ich gleich nicht mehr ach scheiße du sammelst die nicht ein du bist zu schnell warum auch immer mein impf ist voll ach so ja schmeiß irgendwas raus in die spitze ja hab gut wow good timing einfach nur wow warum nehmen die schienen mit was soll ich mit schienen hin die kannst du dir in den kapaschloch stecken der ist ja echt so egal wir haben keinen stein mehr ne steine habe ich alles verbraucht bald obwohl nicht wirklich alles ich habe noch mehrere stecken im inventar ich habe auch noch zwei stecken aber ich benutze das cobblestone um uns zuzubauen damit die schon mal eine weile graben müssen wenn die uns hinterher wollen ja digga oh sorry ich grab mich jetzt erstmal in die richtung weil da brauchen wir viel mehr als in die andere ich muss oder so meine dauerhaft irgendein bild links oben platzieren weil man einfach wirklich alles man sieht höhe koordinaten und meine fb ja man sieht die koordinaten aber das ist ja egal wir snipen die ja dann wissen die ja eh die koordinaten von denen ja aber ich meine ja nur generell jetzt oh das kostet jetzt zeit scheiße wir schaffen es nicht aber ich habe das Gefühl dass wir es nicht schaffen bist du dir sicher 10 minuten wenn wir gut dabei sind ja höhle warte ich grab mich mal hier ich geh hier lang dann sind wir schon mal in die richtung ein bisschen mehr blöcke wir hätten an der oberfläche gehen sollen und dann hin du wolltest graben oberfläche ging auch wirklich schnell ich suche die höhle ein bisschen aber so haben wir dir erst gefunden was haben wir dir erst gefunden da ist ein creeper ich suche die höhle ein bisschen ab ne du baust dich einfach straight weiter scheiß auf die höhle ich suche schon keine ahnung ich suche ja ja nicht dass du da bist stirbst ne nein 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 ich beschnaufe warte ich baue ab hier erstmal ein bisschen ein paar blöcke zu ich weiß nicht ob axel jetzt ein arschloch ist oder nicht ne nicht dass er jetzt irgendwie sagt ja hier kommen die sind da und da das darf er nicht das darf er gar nicht das darf er auch nicht aber ich meine ja nur nicht dass es so ein arschloch ist und macht dann ja hier der sind da und da oh nächste höhle nächste höhle aber ganz ehrlich ich hab nichts dagegen wenn er meine videos nutzt für seinen dingsbums ne aber wenn er damit scheiße macht dann hab ich was dagegen ja ess doch wenn er jetzt irgendwie viel schießen muss ja ess 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 hier warte komm her ich hab ich hab ich hab digga neun minuten nicht richtig knapp digga du bist so dumm gewesen warte lass hoch lass hoch lass hoch bau dich hoch ich nehme hier das eisen noch mit eisen kapper eisen kapper eisen kapper eisen 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 so hier ist ne höhle wieviel dias hast du noch ähm noch zwei aber lass mich auf dia schwert gehen ich wollte grad sagen dia schwert für jeden wär dann wirklich angebracht aber schau ich geh die höhle noch ein bisschen ab ich nur noch das eisen nein 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 vier schwert ist gar nicht angebracht eisen schab 4 ist besser eisen schab 4 wow fuck mob ok warte wo bist du es schab 5 meinte ich ich bin hier ein bisschen hoch ich seh dich da ist noch ich nehm noch ein bisschen dings mit aber das ist was da schon wieder niedenschaft fuck geil das gucken ob wir dies finden oder so ist egal erstmal gucken ob wir dies finden ja lass den Snipe mal abblasen oder den Snipe ja das abblasen erstmal die sehen wir uns spät fuck 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 ich werde sterben Komm zurück 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 zurück, ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab, abgebaut, Junge ich dachte ich habe mich eingebaut, wegen Effekt, ja wegen Effekt dachte ich, aber der war übelst schnell wieder weg, na, hier finden wir nicht, ach scheiß auf Kohle, scheiß auf Kohle, scheiß auf Kohle, scheiß auf Kohle, lass auf ähm, Dinke, ähm, auf ähm, Kisten warten, also dass wir irgendeine gute Kiste mit dem Dach drin finden, oh, leck das, oh, dicker hier, Alter, ist leck, ähm, schlucht, 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 bist du, oder da hinten, ne, nix, hä, wo bist du lang gelaufen, ah, hier links wahrscheinlich, ja, hier links, geil, wir sind an der Oberfläche und Schlucht, geil, Oberfläche, hoch, 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 okay, dann komm mit, oh, hab ich jetzt gerade schützt, Junge, pass auf, pass auf, pass auf, Bau dich weiter, bau dich weiter Ich bin oben, ich bin oben Gleich Jetzt schaffen wir jetzt doch diese, äh, zu, äh, zu, boah, zu, Snipen Sieben Minuten, das schaffen wir uns Ja, ähm Weil wenn ich jetzt runterfalle, ne, bin ich tot Ich, ich versuch sogar gar nicht zu fastpitchen erst Auch wenn das schneller gehen würde Ja, hier, komm, 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 hier lang Alter, ist leck wie verfuckt nochmal, lol 60 FPS, hier, 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 hier lang, hier lang Also so kämpfen mit 60 FPS kann ich nicht Aber mit 62, 65 ist dauerhaft Wir kämpfen ja erst morgen hier lang, hier lang, hier lang Ich verstehe es nicht, ich hab meinen PC ausgemacht und tropfen, leckst wie Sau Wir müssen halt noch runtergraben, ne? Ach ja, auch noch, naja Egal, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir Sechs Minuten, vielleicht ist es ja auch ein Bug, weil er umgestellt hat, haben wir nochmal 3 neue Aufnahmen Kapper Was? Ja, weil ihr den Server umgehandelt habt nochmal Nein, das ist mit dem Aufnahmen, das, das läuft nicht über den Server, das ist einfach Warte, hier ist noch ein Schwein, das nehme ich auch noch mit Alter, ist leck, ich kann mit 60 Lauf, lauf, lauf einfach zu den Lauf einfach zu den, ähm Bist du? Gott Ich seh dich, lauf, 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 lauf Schräg nach rechts, schräg Rechts schräg Sechs Minuten, könnten wir schaffen, könnten wir schaffen Hab sich verloren, fuck, ah da bist du Rechts schräg! Jaja, lauf, ich seh dich Ich muss essen Ich hoffe, ich verliere dich deswegen jetzt nicht Ich essen muss Ich muss fast gar nicht hier essen Ja, weil ich sprinte und spring die ganze Zeit Ich auch Du hast den Blöck hochgebaut, dumme Idee Junge Soll ich dich dreckig So rechts schräg lang Bisschen mehr in die Richtung Auf jeden Fall Rechts schräg, äh, jetzt hab ich die schon wieder verloren, ey Du bist doch richtig witzig, ey, ohne Scheiß Ja Junge, bist du den Bergkuchen dann? Rechts schräg Ich bin dein Berg hoch Ich seh dich sogar, lol Und ich bin dir hoch Ich mach nur das, was du sagst, wenn du sagst, ich berg hoch und dann rechts halten Aua, dann mach ich auch rechts halten Ich seh dich aber Jo, das schaffen wir Das schaffen wir, das schaffen wir Mit 60, 80 FPS, ich finde das richtig als lag auf, ne? Ja, ich auch, Digga Ey, das ist so widerlich Hey, das schaffen wir, wir schaffen es, wir schaffen es 5 Minuten noch, das schaffen wir Ja, ich meine nur Ey, das ist so, äh Mit den FPS, Alter, man Wenn man 200, 300 gewöhnt ist, Alter Die 60, das ist so widerlich Tavi ist so lag Weißt du, er geht nicht unter 60, ja? Aber trotzdem finde ich das extrem hart als lag Ja, ich, ich hab auch nur 74, ne, 128 Mein Gott, Tavi Trotzdem als lag 69 70 66 77 69 77 Spawner, 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 Spawner Achten Nice Nichts wichtiges drin, weiter, weiter, weiter Ich nehm Redstone mit Ich hab Redstone mitgenommen Ja, hab ich schon Ja, aber ich find Redstone wichtiger, falls wir jetzt irgendwie noch eine geile Pfeile noch bauen wollen für irgendein Scheiß Team Zum Beispiel für Marvin und André Man soll ja seinen Namen nicht sagen, oh, ich sag's trotzdem, und ist mir egal Jeder kennt ihn als André und fertig Alter 7, 2, 6 Ähm, bin ich gleich Ich hab Schaden gekriegt, ja, bei mir, weißt du, wenn ich lag, kann ich nicht springen Dann verkack ich alles, ich hab dreieinhalb, zweieinhalb Herzen verloren, wow Ja, wow Okay, ganze 3 Egal Warte, warte, wir sind zu weit, wir sind zu weit, wir sind zu weit Hier Ähm, 7, 2, 6 Ne, hier in die Richtung Hier runter, hier runter Fass aber auf wegen Laron alles, ne Safe runter bauen lieber Chol Oh, shit alter, wenn wir das jetzt schaffen Ja, das schaffen wir bau dich lieber selbst ein bisschen runter ne scheiß meine picke egal ich baue mir die ja pick ab bau safe 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 pass auf pass auf wegen lava und so ab hier safe ab hier safe ab hier safe runter bau ne gold ich weiß nicht wie hoch ich bin ich bin bei denen ich bin bei denen ich bin bei denen die haben einen spawner gefunden hier ne erstmal alles abbauen hier die haben wie eine workbank warte 726 ist hier 726 hier genau die hatte ja wahrscheinlich auch verzaubert hier haben sie sich ausgelockt haben sich ausgelockt das den kompletten raum ausfahren die haben verzaubert der alle wird ja geklärt das stimmt lasst den kompletten raum aussehen hier so passt oder was hier alle gänge zu machen gänge zu machen alle alle gänge wo man weg kann zu machen das auch nach oben hier ne ja warte hier erst mal zu wasser hinsetzen warte ich brauche mal ein wasser hast du noch ein wasser zufälligerweise nein da hinten war doch eine hölle egal egal warte hier so pass auf wird 3333 jetzt auf jetzt gehen wir also weiß es gab angeschrieben wurde kommen 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 hier ein kommt kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir bei der so vorhin doch super und kannst du jetzt aber nur nur eine schicht nur nein nur eine schicht hier ist es reicht es reicht hier zu wissen zu schnell dann bei denen so gut das passt nein jetzt passt lass 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 auf der höhe das auf der höhe so hotbar richten hotbar richten alles richtig in die hotbar ja schwert hauptsächlich ja schwert wir gehen wir gehen zuerst auf dem mit equip dann ne ja okay ja geil ich habe ja bei ja 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 10 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 Vielen Dank.